Aaaaaahhhh 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 Nicht so toll, hör mal! Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Martin Dehn. Wir machen heute einen Rückenkratzer-Prank. Der Leon mal shared, von dem ich ein ziemlich großer Fan bin, muss ich zugeben, der hat das auch gemacht. Richtig winzig, Alter. Ich muss das nachmachen. Ich hab mich schlapp gelacht, und die Reaktion von den Leuten sind unglaublich. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr dieser Prank sehen wollt. Und auf geht's! Ja. Entschuldigung! Können Sie vielleicht meinen Rücken mal kratzen? Ich komme da nicht an so richtig. Oh, geil. Oh, danke schön. Oh, mein Rücken. Kannst du mal kratzen? Können Sie vielleicht meinen Rücken kratzen? Ich habe da so eine Stelle, da komme ich nicht ran. Dann mache ich es halt selber, danke. Oh, ja, okay. Was machst du da? Können Sie vielleicht kurz meinen Rücken kratzen? Ich habe da so eine Stelle, da komme ich nicht ran. Ah, geil. Oh, yeah. Ich mache mal hier weiter, ja? Ah, okay, ja, geil. Oh, oh, yeah. Das ist geil, Alter. Ich mache einfach weiter, ja? Oh, geil. Ich komme da nicht ran. Ah, da ist so eine Coole. Ich komme gut ran. Shit, okay. Oh, mein Rücken kratzt aber so. Aber das kratzt so. Aber was soll ich denn machen? Weiter weg. Mein Rücken kratzt so. Können Sie mir helfen? Okay. Okay. Nur da. Nur hier. Nur da. Nur da unten. Einfach weiter weg. Okay. Das finde ich jetzt aber unfreundlich, dass Sie mir nicht helfen. Ja, geil. 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 Ein bisschen weiter runter. Ein bisschen weiter runter. Ein bisschen weiter. Ja, ein bisschen weiter runter noch. Oh, sag mal. Kommst du da? Sag mal. Du bist ja verrückt, ey. Geil.